Wir sind der SV Lübster 93 Eutrich, der älteste sächsische Fußballverein. Wir sind ein Stadtteilverein mit mehr als 200 Kindern, die mindestens zweimal in der Woche zu uns kommen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, um die Kinder weiter in ihre Bewegung zu fördern, zusätzliches Trainingsmaterial zu besorgen, das Gelände vielleicht zu erweitern, damit die Jungs und Mädels eben weiter mit viel Freude am Ball bleiben. Ich danke dir, dass wir Dirk eisen. Und diese Jungs spielen mit dem da, die wir jetzt in die Stadt und die Kinder räumen, die Manifest, die wir jetzt in die Stadt und die Stadt, die aus dem Sport, die in denexistenten, die Kinder, die Kinder und die Kinder in glücklich sind.